du hast etwas rotes um den mund hast du etwa noch mal nachzüglich noch mal gesagt alles sauber gemacht ich war gerade bei whatsapp So take care of him and find out. Ja, du darfst zum Beispiel als Frauen keine Ausschnittszeigen, weil sollte das nämlich der Fall sein, dass wir das merken, kann es sein, dass die Videos gesperrt werden oder nicht streams. Das ist der kommende Algorithmus, das ist mein Ding nicht selber. Ja, wie auch immer. Du darfst auch keine Nippel zeigen. Ja, das sagst du ja allgemein nicht, du darfst ja auch bei Facebook nicht. Das sind Männernippel sind nicht in Ordnung. Aber man darf bestimmte Kommentare abgeben. Du darfst auch nicht in Unterhose streamen. Ja, wer macht das schon? Ja, bestimmt ja einiger. Das komisch ist, du darfst, du darfst als Frau im Bikini in den Kinderplanschbecken sitzen, mit Wasser drin, aber in der Unterhose als man streamen, dass das jeder nicht überhaupt kriegt. Also, wie kann man es nicht sagen? Wow. Nicht hinfahren. Vor allem, Yvonne steigt auch noch aus. Das sah aber so geil aus, Alter. Du drehst dich weg und sie jetzt noch blup. Steht auf einmal da. Kriegen die auch nicht mit? Jetzt steigen sie ein. Ganz cool das Versteck. Wir haben uns ganz gut versteckt. Wird ihr auch noch hier langfahren? Wird ihr auch noch hier langfahren? Wird ihr auch noch hier langfahren? Ja. Wird ihr auch noch hier langfahren? Wird ihr auch noch ein Typ? gut dass neben uns einer war und nichts mitbekommen hat es hieß es soll töten also froh machen abgeschickt gesagt ich bin dabei wir müssen vier messlabore zerstören und den tanklaster dann holen jetzt müssen wir noch ein lkw stehen und den abliefern ja welcher zugmaschine wird nicht angezeigt ab eine ist ja auch nicht nicht auffällig dass wir uns gerade direkt hinter einer versteckt hatten ich kann das auto nicht fahren wartet auf mich warte 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 ich habe zwei sitze ganz bei ihm mit einsteigen warte 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 ich komme hier schon angerannt so du kannst jetzt na jetzt ist etwas neben dir besser auf mir für cap seine aufnahmen fahr ich natürlich mit hinterher natürlich damit man noch ein bisschen was sieht schön in die Ego-Perspektive das meister im dkw das mit dem bremsweg müssen wir noch lernen er ist gebremst herr leute ist bei mir gerade runtergefallen und der gefördung der wäcke wir überschlagen und haben wir heute davor geht auf einmal war er hinter mir also ich hatte wieder ein freeze um die kurve auf einmal da war das bild kurz stehen da abzuschießen geschießt noch gar nicht die freundschaft mit sich auf dem lkw das hat geschossen ja aber nicht auf den lkw er hat keinen bock auf holen ich könnte den lkw die reifen zu schließen weil er die ganze zeit fremd ist höll was ich bin Ich werde zurück. Tschüss. Tschüss. keine sorge wir beschaffen uns die wahren ab und wir platzieren ja ja immer wieder richtig schön gas gegeben hat dritte der wir auf die kopfgabe ok werdet ihr jetzt nicht zünden er hat nach oben am rücken kleben ich weiß gar nicht wahr ihr hört das piepen gell ne wir sehen es ach so ich bin das ist irgendein komisch gut dass der gleich noch beschossen wird überlegen wir die abbomben wird nah an der mission noch daran geleben dass er ein bisschen so der wird nämlich nachher richtig beschossen das ist auto verschwende dem geld so learning by cat das ist mein wald vorbei das ist mein wald vorbei das ist mein wald hier rein und hier müssen wir den dann auch wieder abholen nein entschuldigung tut mir leid keine ahnung was ich mir dabei gedacht habe keine ahnung was ich mir dabei gedacht habe das ist mein wald Ich nicht. Ne, ich. Ich bin Kevin. Aber nur du. Ich hab keine. So. Ah. Yvonne, kommst du? Ja, ich guck kurz sowas auch. Oh. Oh. Hey, look at us. All our shit together and ready to get into the crystal business. I'ma make sure that truck is ready when you go ahead in the Stab City. Nice. Leute, alter. Leute, alter. Mach's jetzt aus der Zone raus. Woah. Oh. Where are we? Stop the vehicle and get out. And follow up now. Not a problem. Okay. Ja, da.